Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die letzten Wochen und Monate hatte ich das Problem, dass beim Klingenanschluss meines Smartphones, das inzwischen drei Jahre alt ist, nichts mehr richtig hält. Wenn man dieses Problem hat, gibt es eigentlich nur zwei offensichtliche Gründe. Zum einen ist er entweder verschlissen, weil er zu viel benutzt wurde, dann hilft nur ein Austausch, oder aber er hat einfach verschmutzt, sodass eben der Klingenanschluss nicht mehr richtig hält. Das gleiche Problem wie beim Ausanschluss habe ich auch bei meinem USB-C-Anschluss, weshalb ich momentan größtenteils kabellos lade. Aber wie ich das Problem mit dem USB-C-Anschluss gefixt habe, das habe ich ein bisschen anders gemacht als beim AUX-Anschluss, das seht ihr, nachdem ich den AUX-Anschluss in diesem Video gereinigt habe. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Im Internet habe ich mehrere fragwürdige und interessante Lösungsansätze entdeckt, die ich persönlich nicht mit meinem Smartphone machen wollte. Dazu haben zum Beispiel gehört, dass man einfach Kontaktspray reinspritzt, zumal ich auf keinen Fall in meinem AUX-Anschluss vom Smartphone einen Kurzschluss verursachen möchte, sodass das dann ganz kaputt ist. Eine andere Idee war auch, dass man mit einer Büroklammer drin rumstochen kann, das freikratzen kann. Das kann an sich schon funktionieren, jedoch sind da lauter solche, ja, relativ empfindlichen Kontakte, die ich jetzt nicht abbrechen wollen würde. Eine andere Idee war, dass man mit einem Zahnstocher reingeht. Das habe ich schon als besser empfunden, nur ich habe keinen Zahnstocher da. Daher ist jedoch das gleiche Problem, dass die Kontakte abbrechen können. Und schlussendlich noch die Option, dass man einfach mit Druckluft am Anschluss vorbeiblasen kann, sodass dann mit Unterdruck das Staub rausgesaugt wird. Das funktioniert per se schon, nur habe ich halt keine Druckluft hier in meiner Studentenwohnung. Nachdem ich mit diesen Lösungsvorschlägen aus dem Internet nicht zufrieden war, habe ich mir jetzt eine eigene Lösung überlegt. Und zwar habe ich das Smartphone genommen, sodass es senkrecht zu mir steht und habe mir wieder stark am Anschluss vorbeigepustet, sodass ein Unterdruck entsteht und der Staub eventuell rausgesaugt werden kann. Das alleine hat natürlich nicht funktioniert. Zusätzlich habe ich noch Klebeband genommen, also Tesafilm, habe den dann zusammengerollt zu so länglichen, dünnen, ja, Tesa-Dings. Habe den Tesafilm dann zusammengerollt, sodass er möglichst lang und dünn ist und bin dann mit diesem Tesafilm rein in den Anschluss, habe ganz vorsichtig gedreht und immer wieder raus, neun Tesafilm genommen, rein, wieder gedreht und zwischendrin immer wieder gepustet. Das Ganze habe ich so lange gemacht, bis es dann gepfiffen hat beim Vorbeiblasen am Anschluss und nachdem ich noch ein weiteres Mal mit dem Klebefilm rein bin, habe ich reingeschaut und der Anschluss war ziemlich sauber. Ich habe außerdem dann meine Kopfhörer mal eingesteckt und sie halten wieder wunderbar. Wie das so ungefähr vorher nachher aussieht, zeige ich auch mal im Vergleich von meinem Galaxy S6, bei dem ich aktuell noch nichts gemacht habe, und meinem S10e, das ich inzwischen gereinigt habe. Und es ist wirklich ein großer Unterschied und es ist erstaunlich, dass mit so einem einfachen Trick, sage ich mal, den Aux-Anschluss zu reinigen, wieder die Kopfhörer halten. Ich habe auch schon geschaut, wenn man bei Samsung den Aux-Anschluss tauschen möchte, kostet das so 60 bis 80 Euro und das ist in meinen Augen einfach zu viel für so einen kleinen Anschluss. Bei der Reinigung des USB-C-Anschlusses bin ich ein bisschen anders vorgegangen. Denn anders als beim Aux-Anschluss hatte ich zur Reinigung des USB-C-Anschluss einen Kompressor zur Verfügung. Hier habe ich das versucht, was ich beim Aux-Anschluss durch Bußen versucht habe, und zwar durch senkrechte Anströmen von Druckluft wollte ich, dass der Staub sich von selbst löst und rausgeht. Das hat ja mehr oder weniger funktioniert. Ich habe dann auch mal mit etwas weniger Druck auch in den Anschluss reingeblasen direkt. Und generell habe ich so anfangs den Kompressor auf 8 bar gestellt. Ihr wisst schon, viel hilft vielen. Habe da aber natürlich nicht direkt reingeblasen, sondern eben senkrecht oben drüber. Und als der Druck sich dann ein bisschen abgesenkt hat, das war so ein kleiner mobiler Kompressor, habe ich dann direkt in den Anschluss reingehalten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der USB-C-Anschluss ist wieder ziemlich sauber geworden und auch meine USB-C-Kabel halten wieder. Das ist wirklich sehr wünschenswert und so blieb mir die Reparatur erspart. Ich bin wie gesagt sehr happy und kann es nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Zugang zur Druckluft habt, dann könnt ihr versuchen, euren USB-C-Anschluss so zu reinigen. Aber macht es vielleicht nicht wie ich, wo knapp 6 bar eingestellt hat, sondern probiert es vielleicht erst mal so mit zum Beispiel 5 bar und haltet vielleicht erst mal nicht direkt rein, sondern blast erst mal senkrecht dazu drüber, weil vielleicht löst sich so schon der größte Teil an Staub. Wenn ihr dasselbe Problem habt, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Bei mir hat es geklappt, mein Aux-Anschluss hält wieder bombenfest und ich bin glücklich. Und auch beim USB-C-Anschluss kann ich sagen, Mission Successful. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch geholfen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!